Licht ist in der modernen Hirnforschung ein ganz wichtiges Werkzeug, mittels dessen wir Nervenzellen untersuchen können. Wir nutzen moderne Formen der Lichtmikroskopie, insbesondere die Zwei-Photonen-Mikroskopie, die eben mit den Lichtteilchen, den Photonen, arbeitet. Mit Hilfe von der Zwei-Photonen-Mikroskopie können wir die Aktivitätsmuster in den Nervenzellen-Netzwerken sichtbar machen und beginnen zu verstehen, wie sie Informationen verarbeiten und Verhalten erzeugen. So können wir die Muster der Aktivität aufnehmen und sie sogar über Wochen beobachten. Wir interessieren uns dafür, wie die Reihenfolge der Aktivierung von Nervenzellen ist, ob es bestimmte Untergruppen von Nervenzellen gibt, die zusammen agieren und wie letztlich Informationen in diesem Netzwerk von Nervenzellen verarbeitet wird. Ich möchte kurz erklären, wie die Zwei-Photonen-Mikroskopie funktioniert. Das Problem bei der Anwendung von Licht für biologische Untersuchungen ist, dass Licht im Gewebe, wie bei uns dem Gehirngewebe, sehr stark gestreut wird. Die Zwei-Photonen-Mikroskopie ermöglicht eine punktförmige Anregung und kann dadurch dieses Problem umgehen. Denn bei punktförmiger Anregung wird nur in einem Punkt das Licht erzeugt und wir können auch bei starker Streuung zuordnen, wo es eigentlich herkommt. Und dadurch, dass wir dann nacheinander verschiedene Punkte abtasten im Gewebe, können wir ein Bild erzeugen oder sogar einen ganzen Film aufnehmen. In unseren Versuchen bringen wir fluoreszierende Moleküle in die Nervenzellen ein, die auch über ihre Fluoreszenzstärke die Aktivität von den Nervenzellen anzeigen können. Die Zwei-Photonen-Mikroskopie benutzt dabei eine besondere Art der Fluoreszenzanregung, die rotes, ja sogar infrarotes Licht benutzt, was auch weniger stark gestreut wird in dem Hirngewebe. Das Besondere dabei ist, dass ein einzelnes rotes Lichtteilchen nicht ausreicht, um das Molekül anzuregen und zur Fluoreszenz zu bringen, sondern dass nur wenn zwei rote Teilchen etwa gleichzeitig auf das Molekül treffen, sie beide absorbiert werden können, ihre Energie abgeben und das Teilchen zur Fluoreszenz gebracht wird. Das Problem ist, dass dieser Prozess der Zwei-Photonen-Anregung unter normalen Bedingungen sehr, sehr selten auftritt und von daher lange Zeit nicht nutzbar war. Erst mit Hilfe von modernen Lasern ist es möglich geworden, diesen Prozess wirklich für die Mikroskopie zu nutzen. Und mit dieser modernen Form der Fluoreszenzanregung in Kombination mit Fluoreszenzmolekülen, die auch Nervenzellaktivität anzeigen können, können wir also heutzutage diese Filme aufnehmen von ganzen Nervenzellennetzwerken in ihrer Aktivität. Dies ist ein Beispiel aus der Hirnrinde der Maus, in der ein kleiner Teil vom Netzwerk, mehrere hundert Zellen, mit einem sogenannten Calciumindikator gefärbt ist. Bei jeder Aktivierung von den Nervenzellen kommt es zu einem Calcium-Einstrom, den wir mit diesen Fluoreszenzmolekülen detektieren können. Und so können wir die Muster der Aktivität aufnehmen und wir interessieren uns dafür, welche Muster in diesem Netzwerk auftreten bei der Verarbeitung zum Beispiel von Sinnesreizen oder auch wie sich diese Aktivitätsmuster verändern, wenn ein Tier zum Beispiel eine Aufgabe erlernt. Mit Hilfe der Zwei-Photon-Mikroskopie können wir also in der modernen Hirnforschung von immer größeren und größeren Nervenzellennetzwerken Aktivitätsmessungen durchführen. Und wir erhoffen uns davon, dass wir die Prinzipien der Informationsverarbeitung in den Nervenzellennetzwerken entschlüsseln können.